Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Bücherwoche, meiner Urlaubswoche sozusagen. Ja, ich hatte eine Woche Urlaub und habe das sehr, sehr genossen. Habe auch einfach mal das Zuhause sein genossen. Es war eine sehr entspannte, schöne Woche mit, ja doch so ein paar Aktivitäten, auch mit Freunden, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und wir hatten ja auch den schönen gemeinsamen Abend mit dem Hangout, wo Sina und auch Susi mit dabei waren. Und das war auch wirklich ein ganz toller Hangout und hat mir gut gefallen, auch so mit der Interaktion natürlich mit euch, den Zuschauern. Und ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auch lesetechnisch habe ich vier Bücher gelesen und gefühlt wirklich alles vier wahnsinns geile Bücher. Das muss ich, kann ich gleich mal vorne weggeben. Ein Highlight jagte sozusagen das andere. Und serientechnisch habe ich nicht weitergeguckt, The Walking Dead. Ja, ja, ich werde schon, glaube ich, mit der siebten Staffel jetzt demnächst weitermachen. Ich habe eigentlich vor, vielleicht heute Abend mal reinzugucken. Also, wenn ich jetzt das Video drehe, mal schauen, ob ich das so durchziehe oder auch einfach sage, es ist jetzt gut und ich lasse es jetzt irgendwie. Weil, ja, ja, wir sprechen nicht direkt gleich wieder über The Walking Dead. Von daher fangen wir aber einfach mal mit den Büchern meiner Urlaubswoche an. Gestartet ist sozusagen das Wochenende mit der Insasse von Sebastian Fitzek. Ich glaube, das wird jetzt vom Licht, also es ist ja wirklich auch genauso weiß, wie wahrscheinlich jetzt das Licht es komplett zurückwirft. Ja, ein Thriller, den ich an einem Tag weggesuchtet habe, was im Grunde einfach auch schon, ja, für dieses Buch, ja, bezeichnend ist. Dann habe ich gelesen, ja, mir war dann nach etwas anderem. Und dann habe ich gelesen, eine Handvoll Glück von Massimo Facchetto. Ja, wie man sieht, es geht hier um einen kleinen Igel und, ja, was es damit auf sich hat. Und, ja, wer Massimo Facchetto ist, dazu dann natürlich mehr. Dann habe ich die dritte, den dritten Band der Timeschool-Reihe gehört. Auf ewig uns von Eva Völler. Ich bin ja ein Fan dieser Reihe und ihr habt ja vielleicht auch schon das im Bann von Buchreihen-Video dazu gesehen. Und, ja, auch den dritten Tag habe ich gehört, was mir auch unglaublichen Spaß gemacht hat. Und zwischendrin schon während des Hörens sozusagen habe ich Red Rising 4 Asche zu Asche von Pierce Brown gelesen. Und was soll ich sagen, auch das war ein absolutes Highlight. Also, es ist wirklich eine Hammerwoche, total unterschiedliche Genres, aber alle, die mich sehr, sehr begeistern konnten. Zudem haben wir dann am 1. November angefangen mit Sommer der Nacht von Dan Simmons. Die Leserunde läuft auch aktuell noch. Ich glaube, die wird beendet am 16. Also, es waren 16 Leseabschnitte. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt im Grunde das Buch abgebrochen habe, werde euch aber in der nächsten Bücherwoche dann auch natürlich meine Gründe und so dazu erzählen, weil ich bin ja immer so ein bisschen zeitversetzt. Und der Abbruch gehört halt, ja, eigentlich in die andere Woche. Deswegen, ja, ja, nur so, ne? Also, das habe ich auch noch angefangen, habe ich auch in dieser Bücherwoche eigentlich immer noch diese 50 Seiten pro Tag gelesen. Und, ja, das waren sie jetzt, die vier Bücher. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Ja, der Insasse von Sebastian Fitzek, ein Rezensionsexemplar, für das ich mich wirklich auch bedanken möchte, was mich sehr, sehr freut, auch, dass es die limitierte Edition ist, die auch diesen roten Buchschnitt hat und auch alles in allem wirklich sehr, sehr geil sozusagen aussieht. Es fühlt sich wirklich nach Gummizelle an und das ist ein Gefühl, was mir nicht wirklich gefällt. Ich werde auch zu dem Buch gar nicht so viel sagen, weil ich habe ja eine Einzelrezi für den Insassen hochgeladen und dachte, ich müssen wir in der Bücherwoche gar nicht mehr so lange darüber sprechen. Es ist mal wieder ein Fitzek, wie er früher war, wie er wirklich Psychothriller früher geschrieben hat. Und wir haben hier eben den kleinen Max, der verschwindet. Und ja, der Täter, der vermeintliche Täter, sitzt dann eben in einem Hochsicherheitstrakt. Zumindest ist der Vater von Max davon überzeugt, dass der Brutkastenkiller im Grunde auch seinen Sohn hat. Und da die Leiche aber noch nicht auftauchte, geht der Vater von Max ja im Grunde allen Anzeichen dazu nach und lässt sich dann eben auch in diesen Hochsicherheitstrakt einweisen, um irgendwie an den vermeintlichen Killer zu kommen, der wirklich auf brutalste Weise mit Kindern umgegangen ist. Und ja, wir haben hier verschiedene Perspektiven, durchaus auch die Perspektive des Täters, was ich immer sehr gut finde, weil man den Täter einfach irgendwo versteht, aber die natürlich auch sehr heftig sind, weil wenn jemand eben einfach Spaß an diesem Tun hat, dann ist das für jemanden, der das nicht nachvollziehen kann, schon sehr schwierig, das auch irgendwie gut zu finden. Aber es macht eine Geschichte für mich immer sehr rund, wenn ein Täter nicht einfach platt dargestellt wird, wie der hat halt einfach Bock drauf zu töten. Gibt es mit Garantie auch, aber das macht natürlich jetzt einen Serienkiller, einen interessanten, nicht aus. Da will man ja wissen, was hat den dazu getrieben. Und das macht Sebastian Fitzek hier wirklich grandios. Es ist ein absolutes Highlight. Also auch wirklich unter den Fitzek-Büchern steht es bei mir unter den Top 3, weil ich wirklich sage, das ist der Fitzek, den ich ja kennengelernt habe mit seinen ersten Büchern, die mich damals begeistert haben. Es hat nichts von Verschwörungstheorien, die ich ja einfach nicht so gut von ihm einfach persönlich so finde. Also wenn man da an Noah denkt und Joshua Profil und ja, an Flugangst 7A wollen wir gar nicht erst denken. Das sind ja so Bücher, wo ich denke, ja, war okay, aber reißen mich nicht so vom Hocker. Psycho-Thriller kann meines Erachtens Sebastian Fitzek wirklich am besten. Und es wird ja auch nächstes Jahr ein Buch geben von einem anderen Autor. Und da heißt dann die Unterschrift nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, muss ich mal gucken. Muss ich noch ein bisschen mehr recherchieren. Ja, ich finde, es ist ein absoluter Highlight-Thriller. Hat mir ganz viele Lesestunden gebracht. Ich war wirklich gefesselt von der Geschichte. Hab alle 100 Seiten mal so ein kleines Päuschen gemacht, durchgeschnauft. Ich habe zwischendrin auch sehr oft meinen Augen zugemacht, weil das wirklich schon eine heftige Geschichte war. Ich kann ja die Geschichte absolut empfehlen. Man darf nicht zu zart beseitet sein. Und unter meiner Rezension hat auch jemand geschrieben, wenn es da um Kinder geht, das geht nicht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir sind das ja in der Regel auch Kinder und Tiere, wo so mein Haar alles in mir sich sträubt. Das war hier schon auch ein bisschen grenzwertig so für mich. Aber ja, absolute Empfehlung für alle, die Thriller mögen, die es auch ein bisschen blutiger mögen und die es auch gut finden, wenn so ein bisschen drauf gehalten wird, wie ich ja immer so sage. Und das ist hier wirklich der Fall. Es hat Spaß gemacht und hat mich unglaublich gut unterhalten. Und ja, absolute Empfehlung. Wenn ihr mehr hören wollt, packe ich euch mal meine Einzelrezension unten in die Infobox. Da findet ihr auch alle Infos zu den Büchern. Ihr kommt dann auch über den Link zu den Büchern. Also guckt euch da einfach mal um. Und ja, freut mich sehr, dass ich das lesen konnte. Und ja, ihr dann vielleicht auch Lust habt, es zu lesen. Danach war mir dann aber nach so ein bisschen einem Herzensbuch. Und ich habe gelesen, eine Handvoll Glück von Massimo Facchetto. Ein Buch, das im Penguin Verlag erschienen ist. Und das ich, glaube ich, in der Flow oder in der Hücke entdeckt habe. Denn es geht hier um die Igelliebe. Und das Thema, ich glaube, auch des Magazins war, was kann man jetzt im Herbst, Winter Gutes für die Natur tun. Also da ging es ja so los. Vögel füttern, Eichhörnchen. Und dann eben auch, wie kann man, wenn man denn mal einen Igel findet, was muss man, kann man tun? Und wie kann man da im Grunde schon ein bisschen vorbeugen? Und dann wurde eben auch die Geschichte von Massimo Facchetto erzählt. Das ist ein Tierarzt in Italien, der mit seinem Leben so irgendwie zufrieden ist. Der aber irgendwie sagt, Mensch, ist das jetzt wirklich alles, was ich tue? Jeden Tag irgendwelche Katzen kastrieren und Hunden irgendwie die Flöhe entfernen. Und der merkt, dass ihn das eigentlich irgendwie so ein bisschen auslaugt. Aber gleichzeitig irgendwie nicht die richtige Aufgabe ist. Und dann ist er in so einer Gemeinschaftspraxis mit integriert, wo er eben so Schichten übernimmt, um eben Tiere, auch Veterinärtiere, im Grunde schnell irgendwie mit zu behandeln. Und eines Freitages, er hat, glaube ich, eine Wochenendschicht, sagt die Kollegin, von der er die Schicht übernimmt, dass sie hier ein Igelbaby hat. Und ja, dass sich um das gekümmert werden muss, wie oft es eben was trinken muss, was es trinken soll. Und dass er sich darum kümmern soll. Und mit diesem Igelbaby sozusagen, mit Nina, wie er sie dann nennt, verändert sich sein Denken und auch sein Leben. Und das klingt jetzt so unglaublich pauschal. Und das ist es wahrscheinlich auch. Aber in dem Buch wird uns eben sehr schön erzählt, welche Gedankengänge wie in ihm aufgegangen sind. Und das ist einfach so deswegen auch ein kleines Highlightbuch, weil man eben merkt, dass eine lebensverändernde Situation nicht über Nacht kommt. Kann durchaus auch passieren. Aber dass Dinge eben auch einfach wachsen müssen. Und die Geschichte ist unglaublich herzlich erzählt. Es hat ja Antonella Tomasili, hat ja durch Gespräche mit Massimo das im Grunde, seine ganzen Erinnerungen und so aufgenommen und hat das zu einem Buch verarbeitet. Und das fand ich einfach so, so toll. Es ist sehr herzlich. Es ist einfach, ja, voller Liebe. Also auch wirklich diese Tierliebe, die Massimo hier rüberbringt, die lässt wirklich auch so mein Herz, ja, ganz weich werden und warm werden. Und das ist einfach wunderschön. Und man merkt eben auch das, was Tierliebe einem Menschen auch geben kann. Und was gerade auch die kleinen Igel mit ihren Stacheln sozusagen bei Massimo bewirkt haben. Und dass, ja, man eben auch Naturtiere, mit denen man halt nicht kuschelt, wie mit Katzen oder Hunden auf der Couch, dass man denen trotzdem eben etwas Gutes tun kann und muss. Und, ja, wie die Welt eigentlich, ja, aussehe ohne Igel. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Und ich fand die Geschichte wirklich herzlichst erzählt und fand es einfach ganz, ganz toll, wie er eben auch die ganze Problematik aufgegriffen hat mit den Igeln. Was, warum und wie eben dazu führt, dass sie sich so bedroht fühlen. Der Mensch ist natürlich wie immer so ein bisschen das größte Übel sozusagen. Aber es gibt natürlich auch natürliche Feinde. Und das ist auch absolut in Ordnung. Also, na, der Tierkreis, also, na, das muss natürlich irgendwo ein System sein, das auch gut funktioniert. Aber man hier einfach merkt, wie Massimus Herz für Igel aufgegangen ist. Und es gibt auch wirklich wunderbare Bilder hier drin, wo man wirklich auch Eindrücke bekommt von den Igeln, wie klein die sind, wenn er die aufgenommen hat. Und, ja, wie er dann wirklich die hochpäppelt. Und, ja, also wirklich ganz, ganz schöne Bilder. Da bin ich sehr froh, dass ich das als echtes Buch gelesen habe, weil ich glaube, als E-Book hätten die Bilder einfach nicht so schön gewirkt. Und sie gehen einen einfach wirklich auch sehr zum Herzen. Ich meine, das ist schon mit dem Cover natürlich so. Es ist jetzt kein sehr dickes Buch. Es ist halt einfach so ein Herzensbuch, was einen ganz warm zurücklässt, wo man eben auch einfach merkt, was man vielleicht auch einzeln tun kann, um in der winterherbstlichen Natur was für Tiere zu tun. Und man sich da ein bisschen was rausnehmen kann, wenn man das möchte. Ich finde halt wirklich schön, wie oft es einfach Geschichten gibt, in denen Tiere die Menschen verändern. Und da sind mir dieses Jahr ja, glaube ich, drei oder vier Bücher untergekommen. Und auch wenn ich an ein Buch aus dem letzten Jahr denke, vielleicht mache ich da einfach mal ein Video dazu und stelle euch da ein paar tierische Lebensveränderer sozusagen vor. Und da gehört auf jeden Fall Janina mit, ja, also der Igel Nina mit Massimo im Grunde dazu. Ein ganz, ganz tolles, schönes Buch stelle ich mir auch sehr schön vor. So unter dem Weihnachtsbaum, wenn man Menschen, ich glaube, man braucht tierliebe Menschen, sonst macht das nicht viel Sinn. Aber wenn man denen eine kleine Freude machen möchte. Und es ist halt auch einfach mal ein anderes Tier. Ich glaube, vielleicht mancher hat sich an Katzen-Hunden-Geschichten auch schon satt gelesen. Aber mit so einem Igel, der eben einen Tierarzt verzaubert, das finde ich wirklich sehr, sehr schön und hat mir sehr viel Lesespaß auch gebracht. Ja, schon, ich glaube, noch gar nicht parallel zu Eine Handvoll Glück, sondern wirklich danach, weil ich in meiner Urlaubswoche es auch wirklich sehr genossen habe, so einzelne Geschichten allein für sich einfach mal wirken zu lassen, habe ich auf ewig uns gehört. Das ist der dritte Teil der Timeschool-Reihe von Eva Völler. Es ist der Abschluss dieser Trilogie und es ist auch, ich vermute, der Abschluss sozusagen jetzt dieser Zeitenzaubereihe. Denn die Zeitenzaubereihe umfasste ja auch drei Teile und danach spielte dann eben die Timeschool-Reihe. Man kennt also die Charaktere zum großen Teil schon aus der Zeitenzaubereihe. Ich glaube, es macht auch Sinn, erst die Zeitenzaubereihe zu lesen und dann die Timeschool-Reihe, auch wenn natürlich diese Trilogie hier wunderschön aussieht und wirklich seinen eigenen Charme ein bisschen hat. Ich habe darüber auch schon ausführlichst in der Im-Bahn-vom-Buch-Reihen-Video vom Donnerstag, glaube ich, gequatscht. Packt euch das Video auch mal in die Infobox, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Auch hier werde ich jetzt ein bisschen kürzer darüber sprechen, weil es eben ein extra Video gibt. Ja, wir müssen uns hier ja nicht länger aufhalten, als es unbedingt notwendig ist. Nein, also Wiederholungen, das ist ja nicht so Ziel. Das Ganze natürlich gucken manche jetzt vielleicht auch nicht die Einzelrezi, sondern nur die Bücherwoche und da möchte ich natürlich ein bisschen was erzählen. Aber jeder, der sich da einfach ausführlich informiert haben möchte, der guckt sowohl beim Sebastian-Fitzek-Buch wie jetzt auch bei dem Buch von Eva Völler einfach in das Einzelvideo. Ja, ich habe den dritten Teil gehört. Ich weiß, den ersten Buch hatte ich als Hardcover hier, den zweiten als E-Book. Und den dritten habe ich gehört, also eine Reihe, die ich komplett in jedem Medium sozusagen genossen habe. Gesprochen wird es von Merete Brettschneider. Und hier möchte ich auch einfach sagen, auch eine Stimme, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die ihren Job sehr gut gemacht hat, sehr leicht gemacht hat. Und das Schöne ist, dass zwischen, also in Buch hat man einzelne Bücher, sage ich mal, und dass die vorher so ein bisschen musikalisch vertont sind. Das finde ich immer ganz angenehm. Das war, glaube ich, bei Elias und Laia auch schon so. Gefällt mir immer ganz gut so, dass man merkt, so jetzt, irgendwie hat man eine kurze Pause und dann geht es eben mit dem nächsten Teil der Geschichte irgendwie weiter. Ja, in der Timeschool-Reihe kennen wir eben Anna und Sebastiano aus der Zeitenzaubereihe. Und die haben im Grunde hier eine Schule gegründet in Venedig, wo sie eben Zeitreisende, wie sie selbst es eben sind, im Grunde aufnehmen, ausbilden und sie dann eben gemeinsam auch, ja, die Zeit irgendwie kontrollieren und dafür sorgen, dass die Zeit einfach so bleibt, wie sie es sein muss. Also alles Geschehene sollte möglichst, wenn, dann nur so verändert werden, dass nichts sich Extremes verändert in der ganzen Konstellation. Zudem sind ja Anna und Sebastiano schon aus der ersten Trilogie bekannt. Und natürlich geht auch ihre Geschichte so ein bisschen weiter und hat dann eben den vermeintlichen Höhepunkt in der dritten Geschichte, wo sehr viele Rätsel gelöst werden und alle Geschichten, alle Fäden sozusagen auch zusammenkommen. Es ist eine Geschichte, es ist natürlich ein Jugendbuch, es ist auch ein jüngeres Jugendbuch, ich würde sagen, so ab zwölf. Und ja, natürlich ist der Stil auch sehr leicht, sehr flüssig, sehr erzählerisch, sehr bildhaft und wirklich einfach für Kinder und Jugendliche gemacht. Dennoch gefällt mir an dieser Reihe und auch schon an der Zeitenzaubereihe die Idee des Zeitreisens, die finde ich einfach großartig und tatsächlich auch logisch. Das hat man ja oft in Jugendbüchern nicht, da wird ja oftmals so bei solchen Themen dann eben auf die Logik so ein bisschen nach hinten geschoben. Eva Völler durchdenkt das aber sehr logisch und kann das auch sehr spannend und interessant rüberbringen. Ich mag auch so diese Liebes-Freundschaftsgeschichten in der Timeschool-Reihe, auch die Zeiten, die wir besuchen und zum Beispiel sind wir am Hofe von Heinrich des Achten. Und ich mag auch einfach die Spannung, diese Spannungsgeschichte, die sich durch alle drei Geschichten zieht, wo man jetzt im dritten eben einen spannenden Abschluss hat und wirklich merkt, jetzt beendet sich das. Und jetzt führen alle Wege nochmal zueinander, um dann eben auch ein schönes Ende zu geben. Und es gibt darin auch Wendungen, wo man sich denkt, oh mein Gott, also ganz, ganz toll sich ausgedachte. Und besonders eine Wendung gegen Schluss, die hat mich wirklich so zurückgelassen mit so einem halben Tränchen im Auge. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und man merkt halt auch einfach, dass Jugendbuch nicht immer Dreiecksgeschichten braucht oder hochgradmäßige Spannungen mit Feen, Elfen oder sonst was, sondern dass es eben eine wunderbar erzählte Geschichte auch einfach schafft, einen gut zu unterhalten. Und mir gefällt diese Reihe einfach unglaublich gern. Eine Freundin von mir hatte von mir den ersten Teil für ihre Tochter geschenkt bekommen. Und ja, auch die ist total im Bann. Und da ist jetzt auch der dritte als Hardcover eingezogen. Und das muss ich mir dann natürlich nochmal so echt dann im Regal angucken. Bei mir steht ja jetzt gar keins mehr im Regal. Aber das ist nicht weiter dramatisch. Aber das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal im Regal an. Und ich finde das halt wirklich schön, dass man auch mit Mitte 30 eben ein Jugendbuch noch lesen kann. Und klappt ja nicht immer. Jugendbücher sind ja nicht immer wirklich gut. Man denkt sich ja oft, man ist zu alt für. Aber für die Zeitenzauberei auf jeden Fall nicht, wie ich finde. Und Eva Föller hat das wirklich ganz, ganz bezaubernd gemacht. Auch wirklich ein kleines Highlight. Der dritte Teil ist wirklich toll. Und alle drei Bände haben mir ganz viel Spaß gemacht. Und es ist eine wunderbare Zeitreisegeschichte, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, guckt euch das Video einfach mal an unten in der Infobox. Und da erzähle ich dann noch ein bisschen mehr. Und da ich mich ja jetzt bei den anderen drei Büchern, zumindest zwei von dreien, ein bisschen kürzer gefasst habe, können wir jetzt stundenlang über Red Rising 4 sprechen. Das letzte Buch der Woche, Asche zu Asche von Pierce Brown, der im Übrigen auch ein sehr, sehr attraktiver Autor ist. Ich habe den jetzt in einem Interview auf YouTube auch mal so in Bewegung gesehen. Ja, da kann man gar nicht meckern. Also nicht, dass ich ihm wahrscheinlich über den Weg laufen werde. Aber ein sehr attraktiver Mann, wie ich fand. Ja, Red Rising. Ja, es gibt eine grandiose Trilogie in schwarz gehalten. Und aus dem Heine Verlag. Und der vierte Teil, und es ist definitiv im Grunde der vierte Teil der Red Rising Saga, ist der Auftakt einer neuen Trilogie. Ich fand es ganz schön. Michi vom Kanal Michi Rollt hat das so ein bisschen beschrieben wie bei Star Wars, wo man eben so zwei Trilogien hat. Und das kennt man ja durchaus auch zum Beispiel von der Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Im Grunde ist ja diese sechsteilige Reihe um Chase und Clary sind das ja auch zwei Trilogien, die eben ja irgendwo schon mit dem dritten abgeschlossen sind und dann so ein neuer Erzählstrang beginnt. Und so ähnlich muss man sich das auch einfach für Red Rising vorstellen. Ich finde, es wird ganz gut deutlich, dadurch, dass es nicht mehr schwarz ist, sondern jetzt ein weißes Cover hat, was sich ja sehr am englischen Original auch festhält, ja an Iron Gold, was für mich vom Titel auch einfach viel mehr Sinn gemacht hätte als Asche zu Asche. Ja, natürlich irgendwo am Ende der Geschichte weiß man was, was man damit anzufangen hat, aber ich hätte Iron Gold so als Unterscheidung irgendwie besser gefunden. Aber mich hat natürlich mal wie immer keiner so richtig gefragt. Ja, manche irritiert bei Red Rising 4 eben, dass dort steht Red Rising 1 Asche zu Asche. Ich glaube, dieses 1 ist einfach, weil es eine neue Trilogie ist, die eben zehn Jahre später nach der eigentlichen Red Rising Saga erzählt wird. Und ja, ich habe da eben auch eine Rezension gelesen, die gesagt hat, Mensch, es ist doch jeder Auftakt einer Trilogie. Man versteht aber irgendwie nur die Hälfte, wenn man Red Rising nicht kennt. Und ja, natürlich kann man jetzt sagen, es spielt zehn Jahre später, es tut sich eine neue Geschichte irgendwie auf, aber es sind so viele bekannte Gesichter aus der Red Rising Trilogie hier enthalten, dass man einfach diese Vorgeschichte kennen muss. Daher wirklich meine Empfehlung, lest zuerst die eigentlichen Red Rising Geschichten 1 bis 3 und lest dann den neuen Teil Asche zu Asche, der unter anderem auch nicht mehr bei Heine erscheint, sondern im CrossCult Verlag, was ich auch noch nicht so richtig verstehe, ob da Heine das irgendwie verschlafen hat, sich um die Lizenzen zu kümmern. Ich finde das ein bisschen schade und ein bisschen merkwürdig und ja, weiß noch nicht so richtig, ob da was sich dran ändert, aber man merkt es natürlich jetzt an der Übersetzung, die ist definitiv ein bisschen anders. Manchmal sprachlich sich es natürlich schon angelehnt, aber ja, man merkt so ein bisschen einen kleinen, feinen Unterschied. Das ist natürlich dann der, ja, wenn der Übersetzer wechselt, kann das eben durchaus passieren. Das Schöne ist an dieser Reihe, der fünfte Teil sozusagen erscheint im Englischen bereits im Februar, so dass man ja hoffen könnte, dass Dark Age, so heißt er, vielleicht dann schon zur Leipziger Buchmesse bereitsteht oder eben kurze Zeit später. Ich hoffe, dass man sich nicht zu lange Zeit lässt, diesen dann zu übersetzen. Und ja, ich fand halt, man sieht im Englischen einfach mehr, dass es der Auftakt einer neueren Trilogie ist. Ja, zu Red Rising selbst muss man natürlich sagen, dass eine Geschichte, eine dystopische Science-Fiction, High-Fantasy-Geschichte in einer Welt, die eben, ja, auf dem Mars erstmals zu großen Teilen spielt, wo wir eben, ja, die Menschen eingeteilt in Farben haben und wir treffen auf einen roten Darrow, der eben in den Mienen des Marses arbeitet und dem dort Schreckliches widerfährt und er dann das System im Grunde irgendwie unterwandern möchte und ausheben möchte, indem er sich verändert und auch, ja, dieses System eben einfach verändern möchte. Und das ist eine unglaublich geile Trilogie. Also ich habe die wirklich ja, gemeinsam hatten wir die in Leserunden wirklich weggesuchtet und es war wirklich großartig. Ich glaube, wir haben die ja Anfang letzten Jahres auch beendet, als der dritte Teil herauskam, waren wir im Grunde, ja, passend zum Abschluss dieser Trilogie live dabei. Und das war wirklich eine Hammer-Trilogie. Ich mag die Sprache von Pierce Brown, ich mag, wie er diese Welten erschaffen hat, wie er die Schnelligkeit der Geschichte erzählt, dass man wirklich das Gefühl hat, es läuft ein Film im Kopf ab und man einfach so, ja, also Phil hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass man irgendwie merkt, dass dieses Buch schon die perfekte Vorlage für eine Verfilmung wäre. Und das fand ich auch wirklich großartig. Zudem mag ich einfach Darrow und manch anderen Charakter der Geschichte, die wunderbar fluchen, einfach mal eine ganz andere Art von Helden irgendwie sind. Und das hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Und ich mochte diese Mischung aus neuer Welt, aus Dystopie, aus Rebellion und alles, was da passiert. Es ist natürlich auch brutal, es ist kämpferisch, es gibt Schlachten und das ist manchmal für jemanden vielleicht auch zu viel. Das kann ich auch nachvollziehen. Mir hat es wirklich großen Spaß gebracht. Und jetzt sind wir eben zehn Jahre später. Man kann jetzt gefühlt halt gar nicht so viel erzählen, weil man würde natürlich Red Rising komplett spoilern, vielleicht so ein bisschen. Man merkt aber, was, ja, diese zehn Jahre, in denen ja sich viel Positives auftun sollte, merkt man eben einfach, dass nicht alles einfach gut läuft, sondern anders läuft. Und was in diesen zehn Jahren so passiert ist, erfahren wir jetzt so ein bisschen, an welchem Punkt wir gerade sind. Und die Geschichte geht im Grunde weiter. Es gibt hier sehr, sehr viele Perspektiven. Ich glaube, drei oder vier, die ich aber wirklich großartig fand. Ich fand es schön, dass man ein ganz rundes Bild von der Geschichte bekommt. Und nicht nur, man hat natürlich den einen Hauptcharakter, aber eben auch so Nebencharaktere, die die Geschichte aus anderen Perspektiven zeigen. Und ich bin total, ja, ich habe eine große Sympathie für Lyria. Die ist im Grunde ein Mädchen, die mit ihrer Familie eben auf dem Mars lebt und eben auch in den Nienen des Marses wohnt und arbeitet. Und man im Grunde ja so zehn Jahre später so ein bisschen erfährt, wie ist das jetzt auf dem Mars, wo wir ja vor zehn Jahren im Grunde auch anfingen mit Daryl. Und ja, das finde ich sehr schön, dass wir hier so ein bisschen, ja, einfach so ein Gefühl bekommen, was hat sich verändert und was ist gleich geblieben. Mir haben die verschiedenen Perspektiven wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die haben die Geschichte für mich wieder spannend gemacht, interessant und einfach so einen allumfassenden Blick, den man irgendwie aufnehmen konnte. Es geht alles wieder unglaublich schnell. Es passiert viel und Brown bringt es sprachlich für mich einfach grandios rüber. Also das ist wirklich ein Autor, wo man mit jedem Teil gemerkt hat, dass so dieser Spannungsbogen fester wurde, schneller wurde und jetzt auch merkt man, wie geil das sprachlich auch einfach ist. Also es geht rasend schnell, es passiert viel, es ist alles so kompakt, aber an den richtigen Stellen hat man einfach einen Moment auch zum Ausruhen. Die sind mir fast ein bisschen jetzt diesmal zu kurz gekommen, aber alles in allem ist es Hammer. Die Brutalität hat für mich auch etwas zugenommen, aber man ist das ja so ein bisschen gewöhnt und man merkt halt so eine Steigerung. Ich finde aber jetzt viel brutaler sollte es bitte nicht werden, weil das zerrt schon manchmal so ein bisschen an mir. Auch das Fluchen von manchen Charakteren wurde nicht weniger, was man ja gefühlt schon fast vermisst hat, weil in normalen Büchern gefühlt ja kein Mensch flucht. Hier tut das aber wirklich fast jeder und das ist so geil. Und ich finde das einfach, es ist sowas Tolles, was Pierce Brown hier geschaffen hat. Diese Welt, dieses Universum, dieses riesen Science-Fiction-High-Fantasy, Dystopien-Spektakel, was ich einfach großartig finde. Und die Idee, die Geschichte, also einfach so weitererzählen mit 10 Jahren Pause, finde ich einfach super spannend, weil man natürlich wissen möchte, was ist denn passiert. Also ich fände das auch bei Tribute von Panem zum Beispiel mega, mega spannend. Wie sah das dann 10 Jahre später aus? Was hat sich verändert? Was ist gut? Was ist schlecht? Oder ja, das kann man sich ja immer fragen. Und selbst bei Harry Potter hat ja J.K. Rowling im Grunde ihre 16 Jahre später irgendwie geschrieben. Und ich glaube, dass das schon was ist, was man als Fan gerne liest und gerne wissen möchte, wie hat sich denn die Welt verändert und wie haben sich die Charaktere entwickelt. Und ja, also das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Idee von Pierce Brown. Und ich war einfach geflasht und ich habe die 650 Seiten, ich glaube, in drei Rutschen, fast sozusagen weggesuchtet. Ich glaube, so in einem wirklich mal 250 Seiten weggelesen. Ich habe natürlich auch Urlaub, hatte da dementsprechend Zeit und fand das einfach toll. Einfach so in dieser Geschichte zu hängen und mitzufiebern und mitzugehen. Und das macht man. Man braucht vielleicht so 20 Seiten, bis man wieder drin ist, bis man im Stil von Pierce Brown ist. Und dann geht es los. Und dann hat man wieder alle Charaktere von damals, die halt jetzt irgendwo noch da sind, auch wieder vor Augen. Man hat die Welt vor Augen. Man kann sich das alles wieder vorstellen. Und der Film von damals läuft im Grunde jetzt weiter. Und das fand ich wirklich großartig. Und hat mich auch wieder in meiner Idee bestärkt, demnächst mal Red Rising zu rereaden. Vielleicht macht man das dann, wenn der dritte Teil dieser Reihe rauskommt, dass man so alle sechs Bücher mal in einem wieder wegliest. Mal gucken. Also ich freue mich jetzt schon mega, mega auf den zweiten Teil, weil der erste, ja, doch leicht gemein endet und man schon wissen möchte, wie diese ganze Geschichte jetzt im Grunde weitergeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Dark Age und bin gespannt, was sie da im Deutschen rausmachen. Ja, zudem das letzte Buch der Woche, das ich aber jetzt heute gar nicht groß besprechen werde, ist dann Sommer der Nacht von Dan Simmons. Ist mein vorletztes Buch von Dan Simmons auf dem Sub. Und ja, war eingeteilt. Wir lesen noch bis zum 16. also tatsächlich auch noch über eine Woche und waren also auch 16 Abschnitte, sind 800 Seiten. Ja, also in der Bücherwoche habe ich damit gestartet. In der jetzigen Woche, die ihr nächste Woche seht, habe ich es abgebrochen nach 250 Seiten. Warum und weshalb, das seht ihr dann eben einfach in der nächsten Bücherwoche. Also ja, hier ist auch noch der Marker drin. Ja, leider ein Dan Simmons, der mich dazu bringt, zu sagen, jetzt klappt es nicht mehr mit den ungeraden Büchern, sind Highlights. Also es war ja 1, 3 und 5. Ich glaube, das ist jetzt das siebte Buch von ihm und irgendwie hat er jetzt doch mehr Bücher, die ich abbreche, gelesen, als die ich geil finde. Und das Problem bei Dan Simmons ist auch, dass er für mich einfach kein Dazwischen hat. Also entweder ich feiere es oder ich breche es ab. Und das ist sehr merkwürdig. Also einfach ein Buch, wo man sagt, ja, das war gut, so niede 3, 3,5 Sterne, das gibt es irgendwie nicht. Also entweder finde ich es grottenlangweilig oder mega spannend. Also das ist faszinierend. Und ich glaube, es wird jetzt auch erstmal für längere Zeit mein letzter Simmons gewesen sein. Ich glaube, ich widme mich jetzt einfach mal im neuen Jahr dann eher einem anderen Autor. Ja, ich denke da vielleicht an Robert Harris, von dem ich ja auch drei Bücher, glaube ich, auf dem Sub habe. Aber wir gucken einfach mal, ja, was da so nächstes Jahr uns so erwartet. Ich habe ja da eh vor, ein paar Bücher zu rereaden. Und ja, mal gucken, wie dann, ja, einfach Subbücher müssen auch einfach mal gelesen werden. Und ja, das war sie jetzt auch schon. Die Bücherwoche meiner Urlaubswoche. Serientechnisch habe ich, wie gesagt, The Walking Dead nicht weitergeguckt. Ich habe auch keine andere Serie angefangen. Ich glaube, ich komme dank The Walking Dead jetzt so ein bisschen in ein Serienloch, was ich schade finde. Aber ja, dadurch, dass ich dann halt jetzt auch immer wieder Hörbuch höre und Podcast, ist das halt so meine Unterhaltung, wo ich jetzt einfach vorziehe, bevor ich jetzt eine Serie anfange. Mir wäre serientechnisch sehr nach Downton Abbey. Mal gucken, ob ich die rewatche dann sozusagen. Und dann wäre ja theoretisch Januar, Februar, spätestens es an der Zeit, dann auch Game of Thrones anzugucken, bevor dann die achte Staffel, ich glaube, im April startet. Muss man sich mal ausrechnen, wenn man so pro Staffel eine Woche, wann man dann anfangen muss, damit man zum Start pünktlich fertig ist. Weil nicht, dass wir den Start irgendwie verpennen. Das geht natürlich nicht. Ja, aber es gibt natürlich auch viele spannende Serien, die jetzt dann auch im November rauskommen. The Sinner, die zweite Staffel, freue ich mich sehr, bin ich sehr gespannt, was da so passiert. Da habe ich ja die erste Staffel wirklich sehr geliebt. Möchten, da passen wir zu zweit. Eher schlecht. Ja, komm her. Ja, da hat mir ja die erste Staffel wirklich mega gut gefallen und da muss man einfach mal gucken, wie die zweite Staffel so ist. Jetzt bist du mal auf der anderen Seite der Kamera. Genau, so ist es. Ja, und ja, man muss ja nicht immer sehr gucken. Ich habe auch mal jetzt ein paar YouTube-Videos mir wieder angeschaut, im Urlaub, habe das sehr genossen und bin halt auch wirklich jetzt zurzeit ein Podcast-Fan und von daher, man verbringt schon irgendwie seine Zeit genügend noch mit guter Beschäftigung und braucht da nicht unbedingt eine Serie. Aber ja, das ist natürlich was, was immer mal ganz schön ist, wenn man so in einem Serienfieber drin ist. Ja, auch filmetechnisch habe ich, glaube ich, nichts in der Urlaubswoche geguckt. Ich wollte in den Film mit Lady Gaga, der läuft aber bei uns im Hof schon gar nicht mehr, also zumindest dann in meiner Urlaubswoche nicht mehr. War natürlich ein bisschen schade. Jetzt wirklich freuen, tue ich mich sehr auf Fantastische Tierwesen, den zweiten Teil, der ja jetzt schon am Donnerstag in der Woche sozusagen anläuft und wir werden dann am Kinodienstag darauf folgen gehen und da freue ich mich auch schon mega drauf. Also da bin ich total gespannt, will auch vorher jetzt unbedingt 7.1, 7.2 angucken und Fantastische Tierwesen und ja, dann bin ich sozusagen vorbereitet und im Harry Potter beziehungsweise ja, Hogwarts, was ist es denn bei Fantastisch Tierwesen Feeling? Ja, es ist gar nicht so einfach. Ja, das war es jetzt, denke ich, auch einfach schon. Alle Bücherinfos, alle Links und alle Videos findet ihr jetzt irgendwie natürlich unten in der Infobox. Guckt da einfach mal vorbei und ich danke natürlich auch allen Verlagen ja, für die Rezensionsexemplare. Das, ja, freut mich immer sehr, wenn da Bücher bei mir eintrudeln und ja, ich die genießen darf und ja, ich denke, mehr muss ich jetzt auch gar nicht mehr erzählen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Erzählt mir doch gerne, wenn ihr eins der Bücher schon kennt oder es auf dem Sub noch habt, wie ihr es fandet oder worauf ihr euch freut, ob euch, ja, welche Bücher euch vielleicht auch in der Woche jetzt gerade begeistern, was ihr gerade lest und ob da auch ein kleines Highlight drunter ist. Immer gerne her damit in den Kommentaren. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi. Tschüss.